Nun, meine Damen und Herren, warum soll man nicht auch einmal einen hauseigenen Wunsch erfüllen? Besonders, wenn ich weiß, dass es Ihnen auch Freude machen wird und besonders, wenn ich weiß, dass es notwendig ist, in einer Unterhaltungssendung jetzt das vorzustellen, was wir wollen. Unser Programmdirektor hat auch mal einen Wunsch gehabt und wir haben Ihnen diesen Wunsch erfüllt. Sie wissen, oder Sie wissen nicht, ich sage es Ihnen, am 2. April ist in London der Grand Prix Eurovision, also das große Ereignis, wo wieder der Schlager, das Lied, das Chanson, wie immer Sie es nennen wollen, preisgekrönt werden wird. Wir sind diesmal dabei mit einem Beitrag von Sylvester Levi, mit dem Texter Michael Kunze, der auch der Produzent ist dieser Aufnahme. Und wenn ich sage Silvester, dann wissen die ganz Eingeweihten, Sylvester Levi, dann heißt das Trio, das jetzt singen wird, das ist die Ramona und die Ronda und die Penny, dann heißen die, abgeleitet von Sylvester, nämlich Silver Convention. Bitte? Applaus Since you've gone, I'm all alone, stop Just can't make it on my own, stop Operator Operator Need to get the lines Rush a cable For I've got no time Gonna send a telegram Telegram To my baby Yes, I'm gonna send a telegram Telegram And then maybe He won't send a telegram He won't give me any Tonight he'll be on his way Tomorrow he'll be here to stay Help me, man I can't wait another day Please forgive the things I said Stop Didn't mean to make you sad Didn't mean to make you sad Operator I'll pay any rate If my message Will not be too late Gotta send a telegram Telegram To my baby Yes, I'm gonna send a telegram Yes, I'm gonna send a telegram 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 And then maybe He won't give me any Tonight he'll be on his way Tomorrow he'll be here to stay Help me, man I can't wait another day 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 I was such a fool To let him go Too proud to show That I love him so Gotta send a telegram Telegram To my baby Yes, I'm gonna send a telegram Yes, I'm gonna send a telegram Telegram And then maybe He won't give me any Tonight he'll be on his way Tomorrow he'll be here to stay Help me, man Get us in the telegram Todd Face Noam Jacob Und nun wünschen wir Ihnen allen in London hoffentlich einen großen Erfolg. Sie haben es gehört, der Titel heißt Telegram, zu deutsch Telegram. Und hier hoffentlich kriegen wir dann auch ein entsprechendes Telegram. dass sie sich gut platziert haben am 2. April in London beim Grand Prix Eurovision.